In meiner Domäne, in meinem Fachbereich, weiß ich ganz genau, wo es lang geht. Und das kann man jetzt natürlich auch übertragen auf die Produktion. Das heißt, jemand, der seit 20 Jahren an der Maschine steht, der weiß ganz genau, was ein Klicken bedeutet oder was da jetzt bedeutet, wenn da die Kühlflüssigkeit ein bisschen zu gering ist oder was die Maschine denn überhaupt braucht. Und ganz genau das ist das Domänenwissen.